Willkommen bei SEGA Baustoffe. Wir sind ein Baustoffhandel mit über 70-jähriger Tradition. An unseren drei Standorten bieten wir ein umfangreiches Angebot für gewerbliche und private Kunden. Unser Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Dach- und Fassade, Garten- und Landschaftsbau, Ausbausysteme sowie Werkzeuge und Zubehör. Wir bei SEGA Baustoffe setzen auf qualitativ hochwertige Produkte und einen hervorragenden Service, verbunden mit der entsprechenden Fachberatung. Lassen Sie sich inspirieren. An allen drei Standorten präsentieren wir Ihnen in unseren Gartenausstellungen Lösungen rund ums Haus. Egal ob Profi oder ambitionierter Heimwerker, auf das richtige Werkzeug kommt es an. Wir bei SEGA setzen auf Qualität und Service. Überzeugen Sie sich vor Ort von unserer großen Auswahl. Vergleichen Sie in unseren Filialen verschiedene Modelle und Materialien. Erleben Sie in unseren Ausstellungen aktuelle Gestaltungs- und Techniktrends. Übrigens, natürlich erledigen wir auch gerne die Montage Ihres neuen Garagentors oder Ihrer Haustür. Das SEGA-Experten-Team berät Sie in unseren Fachmärkten zu allen Fragen freundlich und kompetent. Gerne kommen unsere Außendienstmitarbeiter zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle und beraten Sie vor Ort. Gerade bei der Auswahl von Baustoffen wird eine kompetente Beratung immer wichtiger. Auch hier können Sie sich auf unsere Experten verlassen. In unseren großen Warenlagern halten wir die gängigsten Artikel ständig für Sie bereit. Ein Anruf genügt und wir liefern die benötigte Ware direkt auf Ihre Baustelle. Wir verfügen über eine eigene Fahrzeugflotte mit modernen LKWs mit Ladekran. So können wir Ihre Aufträge schnell und flexibel erledigen. Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how. Egal für welches Bauvorhaben, wir sind der richtige Ansprechpartner für Profis und Selbermacher. Überzeugen Sie sich selbst. SEGA Baustoffe dreimal in der Region. Egal für welches Bauvorhaben.